Moin, Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Wie gesagt, heute morgen im Infi-Video in meinem kurzen kleinen Weihnachts-Update habe ich euch ja gesagt, so, immer schnell Lichter machen, dann seht ihr mich besser. Es gibt zwei Teile aus meinem Urlaub aus München. Dies ist der erste Teil, den ihr euch gerade anschaut. Das sind Impressionen aus dem Hotel, aus München und was ich gegessen habe und so weiter und so fort. Ein paar kleine Zugszenen sind auch drin, aber die kommen dann im zweiten Teil. Im zweiten Teil habe ich auch schon gemerkt, einige Sachen, die ich gefilmt habe, kann ich leider nicht übernehmen, da mein System irgendwie nicht anerkennen und so. Das sind eigentlich die schönsten Impressionen, aber diese Impressionen sind auch schön. Deswegen viel Spaß, euer Robin. Ciao mit Frau Robin. Tschüss und jetzt Abfahrt. aus München. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.